Die griechische Regierung hat die Verhandlungen in Brüssel abgebrochen. Damit läuft das zweite Hilfsprogramm morgen um Mitternacht aus. Und dann gibt es auch für das zweite Hilfsprogramm keine Möglichkeit mehr. Die griechische Regierung hat sich entschlossen, eine Befragung ihrer Bevölkerung durchzuführen. Das ist ihr gutes Recht. Und deswegen ist es jetzt am allerbesten, wenn wir das Ergebnis dieser Befragung abwarten. Alle Spekulationen, es könnte so oder es könnte so ausgehen, führen uns überhaupt nicht weiter. Ich bedauere dieses ganze Vorgehen außerordentlich, vor allem wegen der Menschen in Griechenland, die in einer wirklich schwierigen Lage sind und die dies alles gar nicht verdient haben. Aber dieser Regierung geht es offenbar mehr um ihre Ideologie, als um die Interessen der Bevölkerung. Aber das ist ihre Sache. Und wenn das Ergebnis der Volksbefragung vorliegt, werden wir abzuwarten haben, was Griechenland sich dann vorstellt. Wenn Griechenland dann ein neues Hilfspaket in Anspruch nehmen will, geht es nach dem sogenannten ESM. Das ist ein ganz anderes Regime als bisher. Nach dem ESM muss zunächst einmal die Bundesregierung überhaupt vom Bundestag beauftragt werden, Verhandlungen durchführen zu können. Und danach, wenn die Verhandlungen geführt sind, muss der Bundestag dem Ergebnis noch zustimmen. Es ist also ein zweistufiges Verfahren etwas ganz anderes und das muss die griechische Regierung dann entscheiden. Richtig ist, wir wollen Griechenland im Euro behalten, aber die Entscheidung trifft Griechenland ganz allein. Eines geht gar nicht und so können wir in Europa auch nicht miteinander umspringen, dass die Vereinbarungen, Bedingungen nicht eingehalten werden sollen. Nach dem Motto, wir wollen Geld, aber wir wollen nicht das, was in Europa gilt, Leistung und Gegenleistung akzeptieren. Das geht nicht. Ich warte jetzt schlicht und ergreifend ab, was bis zur Volksbefragung stattfindet. Dann werden wir ein Ergebnis haben und dann werden wir ja hören, was Griechenland neu will. Und dann muss es im Zweifel nach diesem neuen Verfahren, dem zweistufigen Verfahren, Antrag gestellt werden. Aber, und auch dort gilt dann Leistung und Gegenleistung, das ist auch klar. Denn wir werden auch dann in Zukunft darauf bestehen, dass der IWF dabei ist. Und der hat ganz klare Regeln und Richtlinien. Und deswegen ist richtig, es ist die Tür nicht zu. Aber die Bedingungen für ein Hilfsprogramm haben sich nicht geändert. Und daran hilft auch eine Volksabstimmung nichts. Die Regeln in Griechenland werden nicht, die Regeln in Europa werden nicht durch eine Volksabstimmung in Griechenland entschieden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020